Hallo Leute, Willkommen zu Rainer Plays und heute spielen wir Simpsons Escape Grand Deadly! Also man muss schon sagen, die Grafik von dem Spiel ist beeindruckend. Oh, man kann sogar auf die Äste, also das ist purer Realismus. Eat my shorts! Geh weg! Lisa! Stop it, bud! Ich bin zerstört, ich bin der Beste! Lisa, Simpsons, Hilfe! Hilfe! Eat my shorts! Das ist ein sehr gutes Spiel, also man muss sagen, es ist ein sehr beeindruckendes Spiel. Die Grafik ist sehr gut, die Gegner und das Gameplay sind... Die Grafik ist spürbar! Das ist das größte Spiel! Das ist ein sehr hartes Spiel! Geh, was heisst!